Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Diesmal richtig ausgesprochen. Wie hast du das ausgesprochen? Nicht The Witcher, nicht The Last of Us. Oh Gott, muss ich erstmal hier wieder klarkommen. Ja, ne neue Session, liebe Freunde. Es kam... Es kam. Es kam. Oh, wir waren doch auch bei unserem anderen Ding. Was? Ne, ich bin gestorben. Habe mich ehrenvoll gerettet. Und dann sind wir zur anderen Hütte gegangen. Es gab ein neues Update, liebe Freunde, mit einigen Sachen. Ähm, die ich dir noch gar nicht erzählt habe. Weiß ich, kenne ich doch alle. Weibliche, es gibt jetzt weibliche... Andere, die sehen anders aus. Ne, es gibt jetzt auch weibliche Viecher. Die haben... Ich hab's so gelesen, dass die anders aussehen. Mit zufallsgenerierten Brüsten. Das steht so in den Patch-Notes drin. Ah ja. Zufallsgenerierte Brüste. Ja, die können... Riesig sein, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie groß, weiß ich nicht. Dann wär ich mal gespannt. Und die Eingeborenen haben jetzt einen richtigen Tagesablauf. Sprich, die gehen schlafen. Ja. Das ist sehr cool. Ob sich das, äh, auf unsere Spielweise ein bisschen, ähm, ja, auswirkt, das wird sich zeigen. Willst du mal zu unserem... Essen. Würde ich gerne mal. Zu unserer Jagdhütte. Und, äh, das wurde gebalanced. Was? Dass du weniger... Also, dass du, weißt nicht, entweder mehr oder weniger Essen brauchst. Hm, ach so. Sein Essenshaushalt wurde gebalanced. Ja, das ist halt... Da steht halt nur, wurde gebalanced. Ja. Ne? Weißt du nicht. Und die Höhle, wo wir letztes Mal drin waren. Schon hier, weiter unten war. Ja. Naja, ist das egal. Das Mikrofon rutscht und rutscht. Ist doch egal. Du machst das, glaub ich, eher kaputt als alles andere. Ich, ich helfe jetzt. Ähm, wie viel hab ich denn davon? Sieben Stück. Steht da. Ja, ja, ich weiß. Guti. Gut. Ähm, möchtest du zur Jagdhütte gehen? Ja, hatte ich vor. Weil da sind nur Fische. Wegen Essen und so, mein ich. Achso, die sind nur... Berne. Also, wenn du Essen brauchst, äh... Ja, ja. Ne, hatte ich ja vor. Haben wir noch Fische? Haben wir nicht sogar noch Fische? Ich drück immer... Oh. Ja, klar. Kannste braten. Ich drück immer Tap, ey. Für das Inventar. Für Metro. Ja. Äh, und in der letzten Folge waren wir in der Höhle, ne? Wo du gnadenlos verreckt bist. Achso. Wo du zufällig rausgekommen bist. Wo ich, ähm... Ja. Zufällig. Wahrheitsgetreu und, äh, total souverän rausgelaufen bin. Ja. Da ist jetzt... Sind jetzt neue Texturen. Äh, für, äh, das Wasser, glaub ich, und für die Steine. Echt? Hm. Verbesserte und neue Texturen. Wahnsinn, Wahnsinn. Es wird was getan. In 15 Tagen, ne, in 16 Tagen kommt jetzt das nächste Update. Aktuell. Also 15 Tage und ein paar Stunden. Da kommt das nächste Update. Bin ich mal gespannt. Also die Werke sind sehr dran. Äh, einige Bugfixes... Sind. Und wir haben nur 20 FPS. Echt? Seh ich gerade. So. Krass. Ist ein bisschen unstabil gerade. Also... Unstabil. Wollen wir mal gucken, wie es auf Dauer denn hinhaut. Vielleicht müssen wir ja... Die Grafik mal ein bisschen runterstellen. Vielleicht... Das sind die Steine in der, in der Höhle. Was? Die uns hier in den FPS runterdrücken. In der Höhle? Wir sind gar nicht in der Höhle. Weil die neue Texturen haben. Okay. Deswegen. Ja, ja. Das ist richtig. Klub es mir nicht. Du bist des... Du bist des interessiert noch nöcher, Elsie. Nee, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Eat. Eat something. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell das geht, äh, bis es aus ist. Äh, jagtet er, ne? Ja. In die Richtung. Ich weiß. Ich wollte nur nicht direkt durch den Wald gehen. Ja. Ach, siehste mal, ja, ne? Wir achten hier... Ich achte hier auch nicht grad drauf. Auf Viecher? Auf die Viecher, ja, ja. Das mach ich schon, aber ich laufe trotzdem durch den Wald. Ach so, liebe Freunde. Ähm. Da kann man mal sagen. Heute ist... Morgen. Also Freitag. Heute ist morgen? Also Freitag. Heute ist Freitag, liebe Freunde. Das ist ganz schön weit unten, wisst ihr das? Ja, ich seh schon. Ja, wir müssen mal die Kamera... In der nächsten Folge ein bisschen. Sonst seh ich so aus, ob ich hier... Keine Ahnung. Kleiner bin. Bist? Ja, ich bin kleiner. Als du drei Köpfe kleiner. Okay. Ne. Heute ist Freitag, liebe Freunde. Heute ist Freitag 8 Uhr vor allem. Und gestern kam WePlay raus. Und da haben wir schon mal ein bisschen über The Forest hergezogen. Und... Wir waren im Wald unterwegs und haben eine sehr schöne, sehr, sehr schicke Anmod, ähm... Ja, gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier unten im Video selbst verlinke. Äh, da musst du mal drauf gucken. Äh, ne sehr coole Anmod. Dann brauche ich jetzt keinen Zeitcode sagen. Und, ähm... Da braucht ihr jetzt nicht die Folge durchsuchen. Oh, ich kann auch mal! Dann braucht ihr die Folge nicht durchsuchen. Sondern, äh, dann packe ich euch gleich das Video da rein, wo es mit The Forest anfängt. Sehr, sehr cool gemacht, fand ich. Wir haben ein paar neue Sachen ausprobiert. Ähm, auch Bearbeitungs- und Post-Production-mäßig. Und es ist sehr cool geworden, finde ich. Muss ich mich mal selbst loben. Lob dich mal selbst. Ich finde das toll. Ihr könnt mich auch loben. Ich finde es sehr toll. Ich finde das sehr toll. Schlag! Schlag dich selbst! Ja, Essen ist gut. Stein? Wo kann sein, da war da noch mehr? Da ist noch mehr, ja. Wow. Ja, ich glaube, die, äh, vorhin, beim Laden, ist es ja so gewesen, dass die, äh, Welt wieder, äh, gebaut wurde. Ich weiß nicht, ob die jetzt beim Laden jedes Mal neu gebaut wird, die Welt. Also neu generiert. Was auch Koffer und sowas angeht, äh, das ist ja eigentlich bei jedem anders. Wo die Koffer so richtig auftauchen. Zumindest in großen Teilen. Ja. Na, was wir jetzt noch als nächstes machen sollen, was uns ja geraten wurde, ist da jetzt hier, also auf jeden Fall Feuer um unser Lager. Ja, genau, stimmt. Ähm. Mhm. Der gute Herr aus den Kommentaren, ich bin mir nicht sicher, wer es gesagt hat. Ich auch nicht mehr. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Werden wir, werden wir in der nächsten Folge. Ich dachte auch, es wäre irgendeiner, der, den ich noch nicht so oft gelesen habe. Ja, das stimmt, ja. Ein relativ neuer, äh, werde ich in der nächsten Folge ansprechen und mal schauen, wer das war, ja. Also, haben wir nicht vergessen, ich guck gleich nochmal nach. Zumindest in der Zwischenpause dann. So, hab ich alle? Äh, der hat uns mal coole Tipps gegeben. Ja, ne, ich hab alle. Ich glaub, ich kan- ich kannte ihn zum Beispiel gar nicht, glaub ich. Jaja, ich auch nicht. Achso. Ist ein relativ neuer. Achso! Ja, mach ihn kaputt und sammle Beine und Füße ein. Weil da können wir dann auch... Nicht geschnittene Zähnegel, sehr schön. Ähm, da können wir auch früher oder später... Wo bist du denn langgegangen, ey? Ja, da vorne ist unser Ding. Ich laufe jetzt gerade einfach ein bisschen durch den Wald. Ja, heißt auch The Forest. Aber die Lichteffekte sehen schon schön aus. Du solltest dich auch beeilen, weil... Ja, da ist das Lager. Und du solltest dich beeilen, weil es langsam dunkel wird. Ach, komm. Guck mal, dein Magen. Der ist noch voll. Krasse Scheiße. Also, man braucht weniger Essen jetzt. Mit dem neuen Update. Da haben wir uns ja echt schon ein bisschen beschwert, letztes Mal. Oder die letzten Folgen, weil es immer so schnell wegging. Du bist ja im Prinzip nur noch am Fressen gewesen. Stimmt. Hast du zumindest was gesucht, fertig gemacht, hast wieder gesucht. Ja. Huch, da kamen Bäume dazu. Ja, es läuft gerade irgendwie nicht so stabil. Nee. Das Update hat zwar einige Bugs gefixt. Zum Beispiel, leere Inventar, ja, habe ich da drin gelesen. Wurde gefixt. Na, einiges. Haben wir ja nie gehabt. Dass du, wenn du auf Leichen schlägst, dass du in die Luft katapultiert wirst. Haben wir auch nicht gehabt. Ja, also bei uns läuft es echt richtig gut. Also, was ich da an verfügbaren Bugs gesehen habe, deswegen, ich konnte es im Beitrag nicht mehr zeigen, was wir so verbuggst haben, weil wir haben keine Bugs so richtig gehabt. Ja, das stimmt. Nee, ich laufe aus noch. Aber einige haben es halt echt so schwer getroffen. Ja. Na? Das kommt dann halt immer, weiß ich nicht, aufs System trifft an, aber nicht mal unbedingt. Das ist immer so Zufall. Das wollte ich auch gerade sagen. Random reingestrollt. Ja, schade. Bug. Aber was hatten wir denn für großartige Bugs? Na, dass die Eingeborenen nicht schwimmen. Zum Beispiel. Machen die das jetzt etwa? Weiß ich nicht, ob das gefixt wurde. Ich glaube nicht. Na eben. Also, die gehen ja ins Wasser und laufen dann auf dem Grund. Ja. Und können die ja nicht erwischen. Das haben wir ja auch in der letzten Folge getestet. Genau an dieser Stelle hier irgendwo. Ja. Und das ist momentan ja noch das Gute. Ach so, und wir sollen nicht so weit aufs Meere hinausschwimmen, denn da sind lebende Haie, die uns fressen wollen. Oder fressen werden. Echt? Ich war doch einmal irgendwie ganz weit. Nee, nicht so weit. Also noch nie, äh, du kannst sehr weit. Okay. Nervöse sind wir ja bisher noch nie so weit gegangen. Naja, so gut zu wissen. Also, nicht, dass wir dann einfach mal in Ewigkeit nicht speichern, abnippeln und dann hast du den Salat, ja. Beziehungsweise dann hat der Hai den Salat. Ich hab's schon gehört. Naja. Mann, ey. Oh, Stein! Ah! Unsere Köpfe sieht man generell nur, ne? Ja. Ja, es ist manchmal so. Wir müssen ja die Kamera jedes Mal einstellen. Es ist da oben. Wir bräuchten ein festes Scharnier. Hier irgendwo anbringen. Anmontieren, dass die Kamera immer da bleiben kann. So ein festes Ding, so einen festen Kameraschirm. Wie hab ich nochmal hier... Feuer gemacht, mit F. Oder mit L. Mit L. Nee. Doch. Nein! L für Leiter. Ah, hab ich da was schon gedrückt. Für Leiter. Leiter. Ich dachte grad hier wär irgendwas. Da ist ein Kinn in Leichen. Wir sind hier... Bei der Forest. Nicht... Bei der Rust. Nee, aber ich dachte, das wär irgendwie rot oder sowas. Rot? Ja. Na ja, so rot beleuchtet. Ja, was hast du erwartet? Oh, was laberst du? Was hast du erwartet, wenn du rot... Wenn du was Rotes suchst? Na ja. Nein! Einfach diese Spiegelung quasi von irgendeinem Feuer. Ach so. So, es wird grad weniger dahinten. Das ist... Ah, okay. Ein Bug, ja. Äh, wir brauchen noch zwei Loks. Mädchen. Damit wir die Hütte fertig bauen können. Ja. Die Frage ist, äh, wird's dann auch auf der Karte angezeigt? Das kann nämlich sehr frustrierend, ja. Irritierend sein, wenn du dann... Ein paar Häuser auf der Karte hast. Ach Gott. So, äh... Dass du dann, keine Ahnung... Im Horiz... Oder am Horizont dann... Mir ist Kult und Wett. Dann dann zähle Sachen hast. Mir ist Kult und Wett. Learn more about Survival. Press B to open Survival Book. Mhm. Du Kult und Wett. Wett? Du Kult und Wett. Jor. Alter. Ja, golden, Wett. Ja. Ja, so sprichst du's. Mach, 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 ja. Bäume. Mache Bäume, Junge. Mach ich doch. Mach ich doch. Schwarze, leckere, heiße Bäume. Setz, setz die Bäume für anderes Wort ein. Hahaha. Ha. Das geht eigentlich mit dir falsch. Ja, wir haben... Die sind heute schon sehr früh aufgestanden. Deswegen ist es auch noch Tag hier bei uns. Wir haben nicht mal die, äh, Tageslichtlampe aufgestellt. Äh, denn wir haben beim... Umzug geholfen. Und... Und... Deswegen sind wir sehr... Müde. Hatten sehr wenig Schlaf. Und sind dementsprechend sehr bemüdet. Und... Wir haben auch... Traumfeld! Wir haben auch kein, äh... Kein Filterpapier mehr. Für... Für Kaffee. Kaffee. Für Kaffee. Kaffee. Schnapp dir zwei und renn! Warum? Darum. Wolltest du dich mal ein bisschen erschrecken hier? Ein bisschen Action reinbringen in die ganze... An die Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Aha, das ist ja mal interessant. Das sieht auch aus, Dauer. Aha, aha, aha. Drop. Achso, na eben so. Krass, wa? Also kannst du nicht mehr... Nee, rennen kannst du generell... Doch, rennen kannst du. Boah, ich find hier voll Dinge heraus, ey. Vielleicht ist es auch neu erst. Nein, ich hab's herausgefunden, okay? Vielleicht ist es neu. Bitch. Hast du es ja trotzdem herausgefunden. Bitch. Warum gehst du... Wo gehst du hin? Na, da oben hin. Achso. Okay, ich dachte, du gehst jetzt zum Häusl. Ja, ich laufe jetzt mit den beiden... ...von so ein richtiger Haus. Ja, mach mal nicht so ein... ...so ein Mist hier, ne? Nicht, dass die dich hier von hinten wieder adaptieren, ne? Adaptieren? Die werden jetzt nämlich auch öfter von Vorsprüngen runterspringen und dich mit einem Stein attackieren. Mhm, das hab ich auch gelesen. Das haben sie eingefügt. Ich hör sie. Nee, das sind wir. Nee, ich hab Schreie gehört. Gut. Steht? Hier ist niemand. Da bin ich mal nicht so überzeugt von. Was ist das? Achso, das ist ein Feuerzeug. Ich bilde ein Feuer, weil da steht... Ich werde wett... Ja... Außerdem kann ich dann mal hier... Das Feuer trocknet dich instant, oder was, meinst du? Naja, klar, jetzt steht's da unten nicht mehr. Na, jut. Guck in den Horizont. Hinterm Horizont. Warten, Eingeborene. Wir sind übrigens hier bei The Forest, nicht bei Rust. Und? Du kannst dich nicht auf jeden Stein baggen hier. Doch, siehst du doch. Ich will mich ja nur um... Oh. Äh, sie rutscht runter. So. Eat. Ja, du hast doch noch einen halben Magen gehabt. Ich hab aber wegen, äh, hier... Ach, wegen Ausdauer. Ja, außer dann kann ich jetzt hier gleich wieder Fische collecten. Wo waren denn die Fische? Die waren hier unten. Irgendwo rechts da, ja. Da war auf jeden Fall ein See. Ein... Ein... Ein großer, großer See. Na, du siehst ja den See nicht, weil der ja auch packt. Obwohl, vielleicht ist der See jetzt da. Eben. Krasse Scheiße. Der kann's echt mal im See, äh, fischen. Gescheit. Wenn ich Fische sehen würde. Bääää. Das ist der Nachteil, wenn, wenn Wasser drin ist. Wenn wirklich Wasser drin ist. Sieht doch schöner aus, oder? Oder täusche ich, äh, täusche ich mich da? Doch, doch. Also Wasser... Glühwöhmchen? Oh. Hast du vielleicht collectet? Ja, jetzt seh ich natürlich... Die Kamera ist eingefroren und... Betröpfel. Na, jetzt seh ich aber echt keine Fische. Ja, weil's doch dunkel ist. Da... Ne. Ne, das ist ein Glühwöhmchen. Doch, links, links, links. Wo denn? Da unten, da. Oder? Oh. Na, was ist denn sonst? Eine Kaulequappe oder was? Ja. Ne, ist Kaulequappen. Aber... Oh, das ist ein Spiegelbild. Ich glaube, das ist eher ein Spiegel oder sowas. Da ist ein Spiegel da drin. Ein Spiegel. Ja. Warum haben wir kein Spiegelbild? Sind wir etwa ein Vampir? Hier ist, äh... Dun, dun, dun. Alter. Und passen dazu ein Gewitter. Ja. Gewitter? Hatschi. Gesundheit. Entschuldigung. So. Äh, hier sind keine Fische. Ne, wir haben doch noch ein paar, Mann. Ne, warum wolltest du denn Fische haben? Wiss ich doch nicht. So, was wollen wir dann machen? Du baust jetzt mehrere, äh, Lockhalter. Hier schon? Na, oder in einer alten Hütte. Na, ich hätte eher in einer alten Hütte gemacht. Oder, wo wollen wir denn im Endeffekt unserer Fische... Warum wollten wir eigentlich eine Jagdhütte da bauen? Ne, wir sind zu weit gelaufen. Wir sind zu weit gelaufen und hatten dann Angst. Ach so. Ach so. Ach so. Und, äh, um nicht zu sterben, beziehungsweise um, äh, da auch wieder rauszukommen, wollte wir da eine Hütte bauen. Wir sind aber gestorben, sind wieder zu unserem alten Haus gegangen und dann wieder hierher um die Hütte fertig zu... Wir haben eigentlich, äh, nö, Geschäft gemacht. Ja. Also, na dann, ähm, würde ich sagen... Nur Mist, nur Mist machen wir. Ist jetzt stecken geblieben? Ne, aber... Aber? Ich hab gelesen, äh, Fallschaden und so. Ach so, ne, klar. Ja, ja. Hatten wir doch schon, hatte ich auch schon. Ja. Ich bin schon irgendwo runtergehuppt und dann noch nicht Fallschaden. Kann nicht wie ich nicht sterben, ne? Na, dann, äh, geh zur alten Hütte. Ja. Und sammel Loks. Mach ich, mach ich. Und wollen wir denn da unsere fette Dings aufbauen? Wo? Hier, da? Ja, da, wo wir jetzt hingehen. Wie, unser, unser fettes... Na, unser fettes... Fettes Haus. Schlotzburg, äh, wie heißt das? Ne, das ist ein richtig... Das ist einfach nur eine Gartenlaube. Ja, ne, aber so richtig mit, äh, Zaun und... Ach so. Mit Feuer. Das können wir machen. Okay. Ja, ich gucke in der nächsten Folge mal, wer das geschrieben hat. Ich kann mich an den Namen leider nicht mehr erinnern. Hey. Ähm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ne, ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Das gucken wir in der nächsten Folge nach und, äh, dann loben wir ihn doch mal. Ne, es waren echt, äh... What the fuck, Alter! Das waren die Aliens! Es war ein Mega-Blitz! Alter, ne, das waren so eine Säulen, die uns nach oben ziehen, ne? Ja, vielleicht gibt's jetzt Aliens hier. Ja. Das wissen wir nicht. Ja. Ja, es läuft, äh, mit dem neuen Update nicht so ganz flüssig mehr. Naja, aber auf 23, 24 FPS, äh, mit, im Prinzip, allerhöchsten Einstellungen. Mit nem, mit ner Kiste, die im Prinzip schon drei Jahre alt ist. Ja. Vier Jahre. Vier, glaub ich. Aber da bin ich zufrieden. Glaube ich doch schon wieder direkt zum Lager von denen wir... Ja, du läufst durch Lager durch, ja? Naja, komm. Und die schlafen da ja, haben wir ja gelesen. Hoffentlich. Vielleicht auch hoffentlich nicht. Ach, naja. Achso, du machst mir ja Schaden, ne? Mit Äxten und so. Und? Das machst du auch. Echt? Ja. Aber ich weiß nicht, ob das mit der oder mit der Crafted-Axt ist. Oh, okay. Das hab ich auch gelesen. Ach ja, ich hab ja nur Crafted-Axt. Seh schon, kommt so ein Blitz, Alter, und dann taucht so ein Vieh vor mir auf. Bzzz. Ne, dann bist du, ey, ein Schiff. Hochgebeamt und dann hier Prometheus. Bedecke dein Himmelshäus. Nein. Mit Wolkendonsten. Und über Knaben gleich, okay. Ridley Scott, Prometheus. Ridley? Ridley. Ridley Scott, ne? Ridley. Ridler. Ridler, ja. War ja was anderes, ja. Ich weiß nicht, ob ich da was gesehen habe, aber ich renne einfach mal kurz ein bisschen weg. Musst du mal hören? Ja, ich dachte, ich hätte da irgendwas rennen sehen. Vielleicht war es auch nur ein Baum. Na, die Frage ist, schlafen die jetzt tagsüber oder nachts? Ja, das ist eine gute Frage. Ich gleich mal zum Lager laufen? Geh mal zum Lager. Du kannst ja zur Not ins Wasser gehen. Du verlierst ja jetzt nicht unbedingt was. Schleich einfach. Habe ich den Metro auch gerade drauf. Naja, ja, ja. Ey, ohne Scheiß. Ja, ja, ja. Frag mal an den Zuschauern. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall nichts. Angriff aus dem Busch. Sörst du was? Nee, geh doch mal ins Lager. Na, mach ich doch. Geh doch mal hin. Ich würde nur gerne mich auch ein bisschen umgucken, dass die nicht plötzlich an die Rand. Doch, ich suche ihre Häuser. Da ist ja nisch. Nee, es gibt ja auch drei Häuser. Ja, hab ich ja schon aldrig sucht. Hier schlafen sie auf jeden Fall nicht. Vielleicht schlafen sie auch tagsüber. Es wäre ja sinnlos, nachts so bedrohlich wie sie ist. Du hast ja einen Ball hinwurfen. Ja. Das ist ein Golfball. Ja. Also, du wolltest gerade Golfball sagen. Ja, ich wollte Golfball sagen. Was ist denn das? Geld. Ach, Geld. Ah. Das sah aus wie was seltsames. Scheinchen. Kann ich sehr bezahlen. Stechen. Können sie sich Unterhosen aus Dollarscheinen basteln. Ja. Nun. So, jetzt mach dich mal halt zum Lager. Muss ich ja auch, weil Zeit ist um und du bist dran. Ja, ich bin dran. Dann geht es richtig rund. Ja. Tja, liebe Freunde. In der nächsten Folge, da geht es richtig rund. Und da werden wir nochmal ins, äh, oder in unser neues, altes Lager, altes, neues Lager zurückkehren. Da werden wir, äh, unsere Burg richtig erbauen mit, äh, Feuern und mit, äh, den ganzen Tipps, die wir ja bekommen haben von, äh, der gewissen Person, die wir jetzt noch nachschauen werden, wie sie denn heißt. Ähm, das werden wir alles in der nächsten Folge machen, die Freunde. Okay, morgen geht's weiter, ne? Nö. Sunny sagt gar nichts mehr. Ja, ich gucke schon nebenbei nach dem Namen. Aber ja, natürlich geht's morgen weiter. Natürlich, natürlich. Na gut, bis morgen um 20 Uhr. Wir sind in Berlin, aber trotzdem kommt's The Forest. Hoffentlich. Ne, hoffentlich, ja, hoffentlich. Internet ist alles kacke. Und, äh, mal Replay anschauen, denn da gibt's ja die voll krasse Anmods, die wir gemacht haben zu The Forest. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Ja. 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 Ja.